Verschlafen. Ja, man rechnet ja mit allem beim Felix, aber das ist natürlich dann schon eine Nachricht gewesen, wo man nicht so gern hört und man hat dann einfach auch gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und wo man dann auch mitgekriegt hat, dass es zum Glück nicht ganz so schlimm ausgegangen ist, weil mit so einem Autounfall, da kann echt alles passieren. Aber ja, wir haben dann auch noch Kontakt gehabt. Ihr habt ja noch deine Skischoch gebraucht, du Pfeife. Nein, nein, da ist gar nichts passiert. Ja, genau, also das war eine Schocknachricht auf jeden Fall. Ich bin ja auf der gleichen Straße gefahren, zehn Minuten oder Viertelstunde früher und habe dann schon gesehen, dass es extrem eisig ist. Und habe natürlich auch gewusst, was da passieren kann, wenn das wirklich schlimmer ausgeht. Und wir sind glücklich, dass er da ist und dass er so weit hergestellt ist, dass er am Mittwoch und am Samstag fahren kann. Ja, natürlich ist es für Felix erstmal wichtig, dass er halbwegs gesund aus der ganzen Sache herausgegangen ist. Und ja, natürlich hoffe ich und wünsche ihm, dass er die nächsten Rennen dann auch so bestreiten kann, wie er eben das braucht und auch will. Ja, und letztendlich muss sich dann eh jeder auf sein eigenes Rennen konzentrieren und so ist es bei mir eben auch. Aber wie gesagt, natürlich stockt man erst kurz der Atem, wenn man das liest. Autounfall von Neureuther, dann ja, das ist natürlich schon nicht so ohne natürlich. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass alle Beteiligten gut geht und das ist jetzt scheinbar der Fall. Und wie gesagt, dann wünsche ich ihm natürlich auch gute zwei Rennen. Ja, also ich habe den ganz großen Trubel darum eigentlich gar nicht so mitbekommen. Das war ja, ich glaube an unserem, ich weiß gar nicht, wann das denn passiert, an unserem Super-Tschi-Tag, oder? Genau. Und ja, beim Mittagessen saßen wir, als es die anderen erzählt haben. Und wir sind natürlich auch erst mal geschockt gewesen. Es ist klar, wenn man von einem guten Freund eigentlich so eine Nachricht hört. Am Anfang wusste keiner genau, wie schlimm es ist. Er war dann erst noch bei der Untersuchung. Aber es gab ja dann doch relativ schnell einigermaßen Entwarnung, dass er eben einen Tag später nachreisen wird. Und dass es Gott sei Dank alles einigermaßen glimpflich ausgegangen ist. Und da waren wir dann natürlich froh und beruhigt. Also es war am Anfang schon sehr schockierend, wenn man dann ins Internet schaut und dann sieht der Felix Neureuther nicht im Flugzeug. Der Felix ist halt der Leistungsträger von den Herren, der Gräste, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich, dann kommt schon Trubel auf. Weil jeder fragt sich ja, was ist los? Kann er starten? Kann er nicht? Ja, für uns war es einfach wichtig, dass es ihm gut geht. Und ja, das scheint momentan mal so, dass es okay ist. Und wir hoffen einfach, dass er fahren kann und dass er gute Leistung bringen kann. Und das ist das Wichtigste, dass er ihm gut geht. Die letztendliche Entscheidung trifft der Sportler. Ganz klar, wer denn sonst? Wir sehen uns da natürlich in der Rolle, ihn zu beraten. Das wäre jetzt in einer Situation, wo wir ihn für nicht zurechnungsfähig halten würden und sagen, wir müssen dich schützen. Aber das sehe ich jetzt oder sehe ja auch nicht kommen. Aber am Schluss entscheidet der Sportler. Fühlt er sich bereit zu fahren oder fühlt er sich nicht bereit? Wenn es jetzt da zu einer erheblichen Diskrepanz käme zwischen dem Urteil jetzt speziell eines Mediziners, der sagt, es ist nicht zu verantworten, okay, dann müssten wir die Entscheidung treffen. Aber wenn wir den Fall hätten, dann, ich denke mal, es geht jetzt um den Felix, den Sie ansprechen, dann wäre er gar nicht da angereist. Genau das war ja Sinn und Zweck, das abzuklären im Vorfeld. Kann er anreisen, kann er dort trainieren oder wäre es nicht zu vertreten, zum Beispiel einen Sturz zu riskieren und mit einem zum Beispiel vorgebrochenen Wirbel oder einem gerissenen Band, soviel zu dem Bandapparat, bei einem erneuten Sturz oder Impact eine schwerere Verletzung zu riskieren, dann wäre er gar nicht erst rübergekommen. Da das nicht der Fall ist, ist er rüben und dann stellt sich am Schluss diese Frage nicht. Vielen Dank.